Mein Name ist Heiß Dietmann, ich bin von Ortsfeuerer Leuchau, Zugskommandant und wurden um ca. halb fünf Uhr alarmiert mit F6 und glücklicherweise, wo ich am Einsatzort angetroffen bin, sind keine Verletzte mehr im Fahrzeug gewesen sind, weil der Verkehrsunfall ist schon um ein Uhr in der Nacht passiert. Laut Angaben von der Rettung und Notarzt sind fünf Insassen im Fahrzeug gewesen und waren nur drei leicht verletzt.